Operation Eilidfus war der Deckname einer militärischen Operation der NATO gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien, die sie im Rahmen des Kosovo-Kriges vom 24. März bis 10. Juni 1999 durchführte. Die im Wesentlichen von den Vereinigten Staaten geführte Militäroperation war der erste Krieg, den die NATO sowohl außerhalb eines Bündnisfalls, dessen Ausrufung bis dahin als Grundlage eines NATO-weiten Vorgehens galt als auch ohne ausdrückliches UN-Mandat führte. Die NATO konzipierte die Operation in Form eines Luftbodenkrieges, den sie ohne weitläufige Gefährdung eigener Truppen ausschließlich über die militärtechnische Nutzung Weltraum- und luftgestützter Methoden führte. Insgesamt warf die NATO im Rahmen der Operation von Marschflugkörpern abgesehen 28.018 Sprengkörper ab, wobei 83% der Abwürfe durch Flugzeuge der Vereinigten Staaten erfolgten. Daneben haben schwerwiegende taktische und strategische Fehler, die aus der begrenzten Kriegsführung abgeleitet wurden, zu anhaltenden Analysen und Neubewertungen der Militärstrategie der UAF geführt, die militärhistorisch die Ineffektivität des alleinigen Luftkrieges im Kosovo-Krieg widerspiegeln. An Eilid vorschlossen sich zwei Munitionsräumungsaufträge namens Operation Eilid Havist und Eilid Havist II an. Chronik Nach den erfolglosen Verhandlungen von Ramboljet, die zur Beendigung des Konfliktes zwischen den serbischen Sicherheitsbehörden und der von der albanischen Bevölkerungsmehrheit im Kosovo unterstützten UCK geführt wurden, erfolgten die ersten Angriffe der UAF in zwei Wellen zwischen dem 24, März 19,41 Uhr und dem 25, März 1999 3.30 Uhr mit rund 200 Flugzeugen und ca. 50 Lenkwaffen und der Bombardierung zahlreicher Ziele in der gesamten Bundesrepublik Jugoslawien. Fünf MIG 29 der Luftwaffe der jugoslawischen Streitkräfte flogen überwiegend in Tandems den NATO-Luftstreitkräften entgegen und wurden von einem starken Aufgebot von Abfangjägern gestellt. Drei MIG 29 wurden noch am 24, März von niederländischen F-16 im Luftkrieg abgeschossen. Zwei weitere MIG 29 der Luftwaffe wurden anschließend am 26, März über dem bosnischen Luftraum bei Tuzla abgeschossen. Ein Pilot des RV kam dabei ums Leben, nachdem keine der verbliebenen MIG 29 im militärischen Sinn operationell einsatzbereit war und die Piloten über schwere technische Mängel der Maschinen klagten, wurden die Flüge bis auf weiteres abgebrochen. Die 250-Raketenbrigade der jugoslawischen Flugabwehr konnte am 27, März 1999 mit dem Flugabwehrraketensystem S-125 Neva ein US-Tarnkappenflugzeug vom Typ F-117A über Budanovski im SREM abschießen, da während der UAF innerhalb des politischen NATO-Bündnisses kein Konsens über die Entsendung von Bodentruppen erreicht werden konnte und die Luftschläge sich als wenig effektiv im Hinblick auf die Operationen der jugoslawischen Streitkräfte im Kosovo herausstellten, die zur Flucht von mehreren hunderttausend Kosovo-Albanern führten, wurden die Luftangriffe in einer dreistufigen Eskalationsspirale auf Ziele der zivilen Infrastruktur ausgeweitet. Durch die unvorhergesehene Länge des Luftkrieges führte die UAF zum eigentlichen Kosovo-Krieg, der operativ und strategisch maßgeblich vom SA-CEU-R Wesley Clark und seinem zuständigen Luftwaffenchef Michael C. schort gegen die militärische Infrastruktur und insbesondere Truppen der VJ im Kosovo unter Oberbefehl von Dragul-Jubo-Jedenik und mit Hilfe der im Kosovo und Albanien operierenden Einheiten der UCK im Bodenkrieg gegen die jugoslawische Armee koordiniert wurde. Am 15. April 1999 definierte der US-Verteidigungsminister William Cohn gegenüber dem Kontrollausschuss der amerikanischen Streitkräfte das Ziel der alliierten Luftangriffe gegen Jugoslawien wie folgt, Die jugoslawische Regierung hatte unterdessen erklärt, dass die stattfindenden Militäreinsätze dem Schutz der serbischen Minderheit im Kosovo für Übergriffen der UCK dienten. Erst nach einem Monat Pause setzte die Luftwaffe der VJ wieder eine weitere MIG-29 des RV ein. Diese wurde am 4. Mai 1999 über Valjevo abgeschossen. Der Pilot, der Kommandant des 204. Flugregimentes kam dabei im Kampf mit mehreren Dutzend NATO-Jägern ums Leben. Nach dem letzten erfolglosen Einsatz einer MIG-29 vom 4. Mai wurden die verbleibenden Flugzeuge der 127-Jagdfliegerstaffel nicht mehr eingesetzt. Insgesamt verlor das RV 11 MIG-29 davon sechs bei Luftkämpfen, ein Jäger wurde noch dazu schwer beschädigt. Alle operativen zehn MIG-29 des RV kamen während des Krieges zum Einsatz. Insgesamt wurden die MIG-29 der 127-Jagdfliegerstaffel neunmal bei Kampfflügen eingesetzt, davon sieben Einzel- und zwei Tandemflüge. Am 2. Mai 1999 stürzte während der Operation Nahe Matic eine US-amerikanische F-16CG ab. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Am 7. Mai 1999 bombardierte die NATO die chinesische Botschaft in Belgrad, wobei drei chinesische Journalisten getötet wurden. Die NATO erklärte es habe sich um ein Versehen gehandelt. Nach einem Bericht der britischen Zeitschrift Observer erfolgte die Bombardierung jedoch absichtlich, da die Botschaft als Funkstation für jugoslawische bzw. serbische Militärs diente. Am 20. Mai 1999 griffen zwei NATO-Kampfflugzeuge in der serbischen Stadt Vavarin eine Brücke über den Fluss Morava in zwei Angriffswellen an und zerstörten sie durch den Beschuss mit insgesamt vier Raketen. In Folge dieses Angriffs wurden zehn Menschen getötet und 30 verletzt, 17 davon schwer, wobei es sich durchweg um Zivilpersonen handelte. Zur Beendigung des Konfliktes führte neben der militärischen Eskalation der Angriffe auf serbische Großstädte, die parallel geführten diplomatischen Aktivitäten der Verhandlungstreuker vom 2. Juni und 3. Juni 1999 unter Leitung des finnischen Präsidenten Marty Atisari, des amerikanischen Unterhändlers Strobe Talbot und des russischen Unterhändlers Viktor Stepanovich Chernomyrton. Mit dem überraschenden Umschwenken Chernomyrtons zugunsten des Atisari-Plans erklärte sich Slobodan Milosevic am 3. Juni 1999 zur Erfüllung der Auflagen der NATO bereit. Der militärisch-technischen Vereinbarung zwischen der NATO und der VJ in den Verhandlungen von Kumanovo folgte ab dem 10. Juni 1999 der Rückzug der jugoslawischen Truppen aus dem Kosovo und die Einrichtung einer Übergangsverwaltung durch die Vereinten Nationen unter dem Schutz der KFOR, Grundidee der Operationsführung und Ziele der NATO. Der Nordatlantikrat der NATO formulierte am 12. April 1999 die Voraussetzungen unter denen die Luftstreitkräfte ihre Bombardierung von Zielen in Jugoslawien einstellen würden. Die Bundesrepublik Jugoslawien stellt das Ende der militärischen Operationen im Kosovo sicher und beendet Gewaltaktionen und Unterdrückung der albanischen Bevölkerung. Die Bundesrepublik Jugoslawien stellt den Abzug der eigenen Truppen bestehend aus Armee- und Polizeikräften sowie Paramilitärs aus dem Kosovo sicher. Die Bundesrepublik Jugoslawien akzeptiert die Stationierung einer internationalen Militär-Truppe im Kosovo. Die Bundesrepublik Jugoslawien akzeptiert die bedingungslose und sichere Rückkehr aller Flüchtlinge und den ungehinderten Zugang von internationalen Hilfsorganisationen zu ihnen. Die Bundesrepublik Jugoslawien bekräftigt ihren Willen, an einer politischen Lösung der Kosovo-Frage auf der Basis der Rambuljet-Verhandlungen und unter geltendem internationalen Recht und der Charta der Vereinten Nationen mitzuarbeiten. Operation Allitfus umfasste dabei vor allem den massiven Einsatz alliierter Luftstreitkräfte gegen zivile und militärische Hochwertziele in Jugoslawien. Dieser Ansatz wurde von der NATO gewählt, um das Risiko für eigene Truppen möglichst gering zu halten. Im Verlauf der Operation kam es vermehrt zur Bekämpfung von Infrastruktur-Zielen wie Brücken, Fabriken, Kraftwerken und Medieneinrichtungen. Um die jugoslawische Bevölkerung zu einer Protesthaltung gegen Präsident Slobodan Milosevic zu bringen, beteiligte NATO-Kontingente. Die Hauptlast der Operation wurde von der United States Air Force und Royal Air Force getragen. Neben der Beteiligung von Truppen aus Belgien, Dänemark, Türkei, Italien, Kanada, den Niederlanden, Spanien, beteiligte sich die deutsche Luftwaffe erstmals nach Ende des Zweiten Weltkrieges an einem bewaffneten Kampfeinsatz. Die NATO-Flotte operierte vorwiegend in der Adria. Die Seestreitkräfte der USA und Großbritanniens entsandten eine aus Flugzeugträgern, Zerstörern und Fregatten bestehende Task Force. Die deutsche Marine beteiligte sich mit dem Zerstörer Lütjens der Fregatte Rheinland-Pfalz. Der Fregatte Bayern und dem Flottendienst bot OK an den maritimen Operationen Luftverteidigung der Bundesrepublik Jugoslawien. Flugabwehr der VJ Die Hauptlast der Luftverteidigung der VJ übernahm die 250-Raketenbrigade der Flugabwehr. Die PVO nutzte Raketensysteme der dritten Generation, konnte aber am 27. März 1999 ein US-Tarnkappenflugzeug vom Typ F-117A über Budanovski im SR-EM abschießen. Neben 5 S-125 Neva-M-Divisionen in Jakovo, Batainika, Obrenovac, Kaljevo und Smiderevo waren sechs Divisionen mit SA-6 Batterien ausgestattet. Während die Neva-Batterien strategisch in einem Ring um Belgrad angeordnet waren, wurden die SA-6-Divisionen zur taktischen Unterstützung der Landstreitkräfte der VJ im Kosovo sowie in Montenegro stationiert. Neben den Raketenbatterien bestand das Arsenal aber auch insbesondere aus mobilen Raketen sowie zahlreicher Flugabwehr-Ratillerie. Luftwaffe der VJ Die Luftverteidigung der Luftwaffe der VJ übernahm ausschließlich die 127-Jagdflieger-Staffel des 204. Flugregimentes mit 16 MIG 29, von denen sich keine einzige Maschine bei Ausbruch der Kampfhandlungen in technisch einwandfreiem Zustand befand. Den 45 technisch überholten MIG 21-Abfangjägern war der Einsatz strikt verboten worden. Der Kommandant der Luftwaffe Spass Ojesmael Janik beorderte trotzdem am 24. März die operative Verteilung von zehn einsatzbereiten MIG 29-Jagdfliegern auf die sechs Basen Batainika NIS, Sladevski, Ponikfei, Slatina und Golubovski an. Die 127-Staffel war mit zwei MIG 29 in Ponikfei, einer MIG 29 in Golubinchi, zwei MIG 29 in NIS und sechs MIG 29 in Batainika verteilt. Die Luftverteidigung der Luftwaffe der VJ hatte nur symbolische Bedeutung, war aber insbesondere am Anfang der Kampfhandlungen aktiv. Das RV blieb aber während der gesamten Kampfhandlungen operativ und unterstützte insbesondere die Bodentruppen der VJ im Kosovo. Ein Erdkampfflugzeug wurde dabei von der NATO abgeschossen. Die Koordination des RV erfolgte über das operative Zentrum im Bergstraat Zervika bei Belgrad, von wo auch die Raketen und Radareinheiten der PVO geleitet wurden. Jedoch gab es bei den Einsätzen der 127-Jagdstaffel zu keiner Zeit eine operational effektive Führung durch das Informationssystem Wodzien. Die Piloten blieben während der Einsätze praktisch auf sich gestellt und wurden insbesondere auf massiven Druck von politischer Seite zu den aussichtslosen Einsätzen getrieben. Neben drei Piloten gehört auch der höchste Offizier, der während der UAF ums Leben kam, der ehemalige Luftwaffenchef des RV und der PVO, General Jubisa Velichkowitsch, zu Angehörigen des RV. Als Umstand seines Todes gilt bis heute offiziell ein Besuch bei den Streitkräften der Luftverteidigung bei Panschewo am 1. Juni 1999. Bekannt ist aber auch, dass der General Missionen auf der MIG 29 übernahm und diese seit dem 25. Mai 1999 vom zivilen Flughafen Surchin ausführte. Insgesamt sind 39 Angehörige des RV und der PVO bei den Kämpfen ums Leben gekommen. Die Einheiten der 250-Raketenbrigade sowie die 126-VOJIN-Brigade wurden nach dem Krieg als Nationalhelden mit der höchsten Ehrenmedaille ausgezeichnet. Opfer Human Rights Watch geht davon aus, dass Operation Eilid Force den Tod von 400 bis 530 Zivilisten verursacht hat. Von der US-Air Force und von der Royal Air Force wurden dabei auch die später international geächteten Streubomben eingesetzt. Die NATO selbst geht von einem Anteil von mindestens 10% an Blindgängern aus, die eine immer noch andauernde starke Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen. Völkerrechtliche Beurteilung Die Operation Eilid Force war der erste Einsatz der NATO, der weder durch ein UNO-Mandat gedeckt noch durch das Eintreten des Bündnisfalls zu rechtfertigen war. Aufgrund dieses Zäsurcharakters innerhalb des westlichen Militärbündnisses ist die völkerrechtliche Zulässigkeit des Einsatzes bis heute umstritten. Laut dem Juristen und Professor für Völkerrecht Wolf Heinschel von Heineck, sieht die Mehrheit der Experten den NATO-Einsatz heute als rechtswidrig an. In der Begründung der NATO handelte es sich um eine humanitäre Intervention, die damit ihrer Schutzverantwortung für die zivile Bevölkerung nachgekommen sei. So wurde für die Ereignisse im Kosovo im Vorfeld des NATO-Einsatzes von Rudolf Scharping der Begriff der humanitären Katastrophe geprägt und mit Bildern von Massakern untermalt Der damalige Außenminister Joschka Fischer stellte in einer Parlamentsrede eine Verbindung zum Holocaust her. Wir haben immer gesagt, nie wieder Krieg, aber wir haben auch immer gesagt, nie wieder Auschwitz. Joschka Fischer dies wurde durch Vorfälle wie das Massaker von Ratschak und dem sogenannten Hufeisenplan gerechtfertigt, die von der NATO als Verbrechen gegen die Menschlichkeit interpretiert wurden. Die genauen Hergänge und Umstände von Übergriffen gegen ethnische Albaner sind jedoch bis heute umstritten. Die Existenz des Hufeisenplans zur Umsiedlung ethnischer Albaner konnte nie bewiesen werden. Militärische Beurteilung Benjamin Lambert urteilt in seiner Analyse der Militärstrategie und ihrer Umsetzung, dass nicht nur das Wetter und die überraschende Flexibilität des Gegners die Durchführung der Operation behinderten. Hinderlich sei darüber hinaus die anhaltende Unschlüssigkeit der Entscheidungsträger auf Seiten der USA und der NATO gewesen. Diese sei durch die Besorgnis um unbeabsichtigte Opfer in der Zivilbevölkerung und um den Verlust eigener Flugzeuge hervorgerufen worden. Außerdem durch die scharfen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der militärischen Führung der USA hinsichtlich des bestmöglichen Einsatzes der alliierten Luftstreitkräfte gegen serbische Anlagen. Aus diesen und anderen Gründen stelle der Luftkrieg der NATO für den Kosovo im Vergleich zu Dezetstorm einen erheblichen Rückschritt an Effizienz, da, wie unvermeidbar auch einige Aspekte gewesen sein mögen.